Hey, ich hoffe, du bist bereit für deinen ersten Toast-O-Bar. Ich weiß, dass diese Übung sehr einschüchternd sein kann. Und vielleicht hast du schon ein paar Mal probiert, deinen Toast-O-Bar zu schaffen und bist einfach nur frustriert. Aber ich verspreche dir, dass du mit diesen Übungen, die ich dir heute zeige, ihn definitiv schaffen kannst. Wenn ich ihn geschafft habe, wirst du ihn auch auf jeden Fall schaffen. Oder vielleicht kannst du schon ein paar Wiederholungen, aber möchtest ihn noch perfektionieren. Und dann ist das jetzt deine Chance. Und ihr wisst, ich liebe eine saubere Technik. Es geht bei The Art of Training immer darum, eine Übung umsetzen zu können und die perfekte Technik zu beherrschen. Das heißt, wir werden den Toast-O-Bar in drei Schritten einteilen, sodass du ihn in deinem Level lernen kannst. Und dann dich immer wieder auf das nächste Level steigern kannst. Denn wir wollen nicht diesen Toast-O-Bar, in dem dein Oberkörper sich nach hinten lehnt und deine Beine gebeugt sind. Also wir wollen immer möglichst viel Kompression erlangen, damit wir auch den vollen Bewegungsradius aus dem Toast-O-Bar ausnutzen können. Step 1 wird sein, dass wir den vollen Bewegungsradius lernen und langsam eine gute Chorkraft aufbauen. Step 2 wird sein, den Latissimus zu aktivieren. Denn bisher dachtest du vielleicht, dass der Toast-O-Bar nur eine Chor- und eine Hüftbeugerübung ist. Aber damit wir unsere Beine gegenhebeln können, müssen wir im Latissimus aktiv sein. Und das vergessen die meisten. Und im dritten Schritt wollen wir alles vereinen. Das heißt, wir wollen Kraft und Mobilität vereinen, damit wir die volle Range of Motion ausnutzen können und alle Parts gleichzeitig aktivieren können. Noch eine Sache, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, weil ich habe am Ende noch etwas für dich, sodass du wirklich sicherstellen kannst, dass du deinen Toast-O-Bar erreichen kannst. Ganz wichtig, bevor du mit irgendeiner Übung beginnst, ich empfehle dir die Schuhe auszuziehen. Wir wollen kein zusätzliches Gewicht am Körper haben und wir wollen die Fähigkeit haben, unsere Füße immer komplett zu strecken. Nicht nur, weil es schön aussieht, sondern weil du automatisch deine Knie streckst, wenn du deine Füße streckst. Unsere erste Übung wird sein, ein liegender Toast-O-Bar. Du legst dich auf den Boden, hebelst dich irgendwo gegen und zwar ist die Startposition mit gestreckten Armen. Und die Schultern sind zu den Ohren hingezogen, damit du deine Schulter öffnen kannst. Von hier aus drückst du deinen unteren Rücken auf den Boden und führst deine Beine gestreckt so weit wie möglich über Kopf optimalerweise bis zur Stange. Gehst wieder tief, bis du in einer Streckung bist. Versuch hier den unteren Rücken nicht abzuheben und dann kommst du wieder hoch bis zur Stange. Also wir wollen die Übung im Liegen emittieren, sodass wir die Kraft und den Bewegungsradius nachher auf den Toast-O-Bar im Hang übertragen können. Du magst vielleicht noch nicht in die komplette Range of Motion kommen. Deshalb kannst du am Ende der Bewegung deine Füße hinter die Bar klemmen, sodass wir einen Stretch haben zwischen der Bewegung, um eine größere Range of Motion zu ermöglichen. Wenn du das noch nicht schaffst, keine Panik, das ist schon eine sehr, sehr gute Mobilität, die du brauchst, dann kannst du den Seated Pike Stretch absolvieren. Pike heißt immer, dass wir sitzen, die Füße geschlossen sind und dann versuchen uns zusammen zu klappen. Das heißt, du versuchst dich so weit wie möglich nach vorne zu lehnen. Wenn du deine Füße nicht greifen kannst, nutzt du ein Handtuch oder ähnliches, um dich festzuhalten und immer ein Stückchen weiter zu kommen. Wir bleiben hier ungefähr für 20 bis 40 Sekunden, sodass du dich wieder geöffnet fühlst und dann in den Lying Toast-O-Bar übergehen kannst und wie gesagt eine größere Range of Motion ermöglichen kannst. Nachdem wir uns jetzt um die Range of Motion gekümmert haben, wollen wir die Kraft in dem schwierigsten Part isoliert trainieren. Wir können vielleicht noch keinen ganzen Toast-O-Bar, aber wir können sogenannte Pike Lifts ausführen und das hat ganz viel mit Chorspannung und Hüftbeugerkraft zu tun. Das heißt, du setzt deine Arme hier auf und versuchst dann zusammen deine Füße bzw. Beine komplett zu heben, soweit du kannst. Jetzt kommen wir zu Schritt 2, zur Lat-Aktivierung. Der Latissimus ist der große Rückenmuskel und der ist sehr beteiligt beim Toast-O-Bar, was wir vielleicht nicht denken. Und das könnte der Punkt sein, warum du ihn bisher noch nicht geschafft hast, denn der Latissimus, wenn wir den aktiv halten, können wir uns wie gesagt gegenhebeln. Und wie du den aktivierst, das zeige ich dir jetzt. Um den Latissimus etwas zu aktivieren, brauchen wir einen vollen Obergriff. Greif mit dem Daumen drum und zwar schulterbreit. Das heißt, schulterbreit ist bei dir die Breite, wo du mit deinem Mittelfinger senkrecht nach oben greifst. Und von hier aus wollen wir jetzt in der Hollow-Buddy-Position sein. Du kennst den Hollow-Hold im Liegen und genau das Gleiche machen wir im Hängen. Das heißt, dein Po ist angespannt und dein Bauch ist angespannt, sodass du so eine ganz, ganz minimale Krümmung vielleicht sogar erzeugst. Aber die Füße zeigen immer Richtung Boden. Und jetzt stellst du dir vor, als würdest du die Stange Richtung Boden drücken. Und dadurch bekommst du eine leichte Lat-Aktivierung. Die Schultern ziehen so ein bisschen weg vielleicht von den Ohren, aber vielmehr siehst du, dass ich meinen Core viel, viel besser anspannen kann. Also hier habe ich die volle Kontraktion. Ich bin in einem aktiveren Hang als hier. Passiv. Aktiv. Du drückst die Stange runter zum Boden, gefühlt, was du natürlich nicht kannst. Aber das ist die Aktivierung, die wir haben wollen, damit wir eine Kompression ermöglichen können und die Beine gleichzeitig gegenhebeln können. Alright, jetzt wollen wir alles zusammenfügen. Heißt Kraft und Mobilität vereinen wir. Ich werde dir jetzt verschiedene Varianten zeigen, sodass du bei deinem Level starten kannst. Und zwar solltest du jetzt deine Variation ausführen, die du sauber ausführen kannst. Level 1 sind die Tuck-Ups. Und zwar haben wir bei den Tuck-Ups den geringsten Hebel. Versuche hier wirklich den Lat aktiv zu halten und die Knie so hoch wie möglich zur Brust zu ziehen. Unser zweites Level sind die Knees to Elbow. Und hier, wie der Name schon sagt, versuchst du deine Knie bis zu den Ellbogen gegenzuhebeln. Level 3 sind die Elraces, bei denen wir quasi einen Toast-to-Bar nur bis zu 90 Grad ausführen. Hier haben wir die Knie gestreckt und die Füße auch maximal gestreckt. Wenn du die Elraces schon sehr, sehr gut kannst, kannst du dich dem nächsten Level widmen und zwar dem Bend Knees Toast-to-Bar. Hier machst du fast einen kompletten, schönen, sauberen Toast-to-Bar, aber wir dürfen hier noch mit gebeugten Knien arbeiten. Du machst quasi einen leichten Tuck-Up und versuchst dann deine Schienbeine Richtung Stange zu bewegen, sodass du mit den Füßen optimalerweise einmal die Stange berührst. Und am Ende ist natürlich der komplette Toast-to-Bar mit gestreckten Beinen und mit dem Blick Richtung Schienbein ausgerichtet unser Ziel. Wir wollen also nicht den Oberkörper nach hinten lehnen und auch keine gebeugten Knie in unserem Toast-to-Bar haben. Du weißt jetzt immer noch nicht, wie du alle Übungen ausführen sollst, wie oft du sie ausführen sollst, in welchem Wiederholungsbereich. Keine Sorge, ich habe am Anfang gesagt, dass ich noch eine Kleinigkeit für dich habe und zwar, um dir das noch einfacher zu gestalten und keine Ausrede mehr für deinen Toast-to-Bar zu haben, habe ich dir ein Dokument erstellt, nämlich deinen Trainingsplan für deinen ersten Toast-to-Bar, den du dir unten in der Beschreibung runterladen kannst. Und vergiss nicht, mich auf deinen Videos bei Instagram zu taggen, dann kann ich deine Fortschritte mir anschauen. Nutze auch den Hashtag TheArtOfTraining, damit ich sehen kann, wie du dich entwickelst und die Erfolge gemeinsam mit dir feiern kann. Ansonsten hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, abonniere meinen Kanal, denn ich werde nächste Woche wieder einen neuen Tipp für dich haben, um dein Training zu perfektionieren.